Liebe Fans der Fussballschweizer Nationalmannschaft, ich glaube, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie die Europameisterschaft für die Mannschaft laufen wird. Ich hoffe, sie machen es super. Kommt, wir unterstützen sie alle zusammen und wünsche ihnen nur das Beste. Macht's gut und viel Erfolg. Hopp, Schweiz! Liebe Fussball-Nazi, viel Erfolg und Treffsicherheit an EM. Ich fiebere vor dem Fernsehen mit aus Deutschland und liebe Grüße. Hey Jungs, hier ist Romaniosi. Ich wünsche euch ganz viel Glück für die EM. Die ganze Schweiz wird hinterher stehen. Wir werden euch aus der Schweiz anfeuern. Holt die EM-Titel. Hopp, Schweiz! Salut les gars! Petite Video pour vous souhaiter bonne chance pour l'Euro. Soyez fort, rendez-nous fiers. Allez, à Suisse! Hopp, Schweiz! Hallo zusammen, ich wünsche den Schweizer Nazi für die EM alles Gute, viel Erfolg. Geht alles! Ich möchte euch auf dem Weg an den Euro nur das Beste wünschen. Viel Glück, viel sportlich Erfolg. Ich weiss, wir haben immer hohe Ziele, wir gehen manchmal auf die Nase. Aber wenn man immer daran glaubt, kann man seine Ziele erreichen. In diesem Sinne, macht's gut und viel Erfolg. Ciao zusammen! Wir wünschen den Schweizer Fussball-Nazi alles Gute, der EM. Geht Gas! Liebe Nazi, ich wünsche euch ganz viel Erfolg an der EM. Stecht im richtigen Moment zu, dann kommt's gut. Lieber Wladimir, liebe Spieler. Ich bin auch von der Schweizer Eisenkeer Nazi. Ich wünsche mir euch einfach alles Glück. Viel Spass, viel Ruhe, Lassenheit und nötige Killer-Institut. Brechen den Bann. Holen wir endlich mal so einen Titel. Wir drücken die Daumen. Hopp, Schweiz! Ciao, liebe Schweizer Nazi. Ich wünsche auch viel Erfolg und alles Gute an der EM. Ich drücke heute immer auf Schweizer. Liebe Fussball-Nationalmannschaft, ich freue mich auf das sehr spannende Spiel und viele Tore für euch. Mach's gut! Ich wünsche euch ganz viel Erfolg an der EM. Und nicht vergessen, tief spielen und hoch gewinnen. Und wenn das nicht aufgeht, hoch und weit bringt Sicherheit. Ich wünsche euch alles Gute für die EM. Wir drücken alle zusammen, die ganze Nation, die Daumen. Wir Wintersportler haben im Sommer Backup Pause. Das heisst, wir haben ganz viel Zeit, euch Daumen zu drücken bei der Fussball-EM. Und gebt Gas! Ich wünsche euch auch ganz, ganz viel Glück für die EM. Und die Daumen sind gedrückt. Auch in Hopp, Schweiz! Liebe Fussball-Nazi, ich wünsche euch alles Gute und fiebern mit euch an der Euro 2021 Hopp Schweiz. Liebe Fussball-Nazi, das ist Andrea Gettli und ich wünsche euch viel Erfolg an der EM. Ich wünsche euch viel Erfolg und Glück an der EM. Und schicke euch viel Kraft aus den Schweizer Bergen. Alles, alles Gute! Liebe Fussball-Nazi, das ist Tim Meier. Ich wünsche euch eine erfolgreiche EM. Viel Glück! Hopp Schweiz! Liebe Schweizer Fussball-Nazi, für die Europameisterschaft wünsche ich euch natürlich ganz viel Erfolg, Austour, Power, Hopp Schweiz! Liebe Fussball-Nazi, für die EM wünsche ich euch ganz viel Erfolg, viel Austour und Hopp Schweiz! Was ich am 11. Juli sehen will, ist der EM-Finale für unsere Nazi Olé Olé. In diesem Traum bin ich in der Schweiz nicht allein, darum bringen wir uns den Köbel nach Hause. In diesem Sinne wünsche ich den Schweizer Nazi viel Erfolg und gebe alles. Ich wünsche euch die Ich wünsche euch die Welt. 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 Vielen Dank.